Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play 4 Extraction Point. Ich wollte euch eigentlich mit einer Webcam, äh, mit einem Webcam-Bild, ähm, eh, überraschen, aber die macht so viele scheiß Faxen und ich hab echt keinen Bock mehr darauf, es zu versuchen, ähm, ja, tut mir leid, aber so ist es nun mal. Äh, 5, 5, alles klar. Ja, aber jetzt machen wir einfach so weiter, ich denk mal, es wird auch gut. Hier geht Blind natürlich weiter, auf den, ja gut, diesen Raum kenn ich, den hab ich öfters in den Testaufnahmen gespielt. Alles klar. Aber wir müssen jetzt die Leute töten, töten, töten. Und wir müssen jetzt hier weitergehen mit Alma und ihren, äh, Herrscharen von bösen Soldaten, die uns alle töten wollen. Ja, so ist die Geschichte leider. So, was haben wir denn hier? Hier müsste eigentlich nichts mehr sein, soweit ich weiß. So, aber wir müssen ja auch, ähm, die böse Alma besiegen. Aber ich glaube nicht, dass wir sie in diesem Spiel hier töten werden, denn sie ist ja gar nicht real. Ein dunkler Gang, ich hasse dunkle Gänge. Ich hab Half-Life gezockt und drück die ganze Zeit Steuerung zum Drücken. Das ist ja ziemlich ungewohnt für mich, C zu drücken. Aber na gut, gehen wir jetzt hier weiter. Oh, ich hab gar keine Angst, fällt mir grad auf. Das ist komisch. X ist... Okay, hier kommt keine Alma. Alles klar. Wow! Soldat, Soldat, Soldat! Habt ihr das gehört? Nein, hab ich nicht! Da ist einer. Ich muss aufpassen, denn sonst werden sie mich brutal töten. Da ist einer, da ist einer, da ist einer, da ist einer! Stirb, 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 stirb! Oh ja. Oh, Mitteilung. La la la. Hey, wow! Weg! Wo sind die? Wo bist du, mein Freund? Wo bist du? Oh! Er luren die da einfach um die Ecke, ey! Ist der dead? Nein! Boah, jetzt gehen wir mal um den Sack. Okay, er ist tot. Wuh! Ah, wir sind einfach unglaublich. So, schnell speichern, sonst wird die Geschichte hier wieder ziemlich hässlich enden. Okay. Ah! Hey! Risch! Wow! Stay out of my way! Was ist denn hier los? Ah, nein, 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 nein! Boah, die machen viel zu viel Damage, ist das? Fuck, jetzt muss ich schon wieder Medikit nehmen. Meine Fresse. Boah. Wow! Das war ein kleines Mädchen Namens Alma Ich hasse Alma Hier ist Holiday Was? Gehen Sie in Deckung Ich komme zu Ihnen Ja hier ist Holiday Ich bin nicht Alice Wade Was hat Alice Wade jetzt damit zu tun? Verdeckte Scheiße Wir haben Sie auf eine kleine Spritztour mitgenommen Was? Das können Sie laut sagen To know ye Feine Sache hier So hier oben sind weitere Dinge Die wir gebrauchen können Reflex Booster Eine sehr schöne Geschichte Die uns im Kampf gegen das übernatürliche Böse In Form von Alma und ihren Replika Soldaten helfen kann Die macht man Tür offen auf F Okay dann werden wir jetzt weitergehen 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 Dieser Gang sieht gar nicht nett aus Ich hasse diese Spiele Und ich überspiele hier nur meine Angst Gut Ah Holiday Wir sind beide noch am Leben Ohlala Ich hab geglaubt sie wären tot Dafür ist wohl später noch Zeit Gehen Sie ins Gebäude Wir treffen uns auf der anderen Seite Wir haben Ihnen gewandelt Wow Soldatos Take cover Wow Verpisst euch Sterb Ey ich kann schon wieder fast ab ey Ohne Wissen Hammer Ich geh jetzt etwas Nicht so Ja Widerspenstig da rein Boah ich hasse diese Schießsituation Das ist nicht so scheiße schwer ey Wir haben Ihnen gewandelt Krieg die Krise Ich bleib jetzt einfach hier Wisst ihr das Stirb Da hinten Du böser Mann Boah ich hasse das hier Mit dieser Beschissenen Slow Motion Die sind viel zu Treffsicher die Soldaten Wow 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 Noch einer Sehr gut Aber die Waffe ist gut Die Waffe ist nicht schlecht Ah wieder zwei Leute Nein Ich werde wieder getroffen Wow Ich schlag mich gar nicht schlecht Muss ich sagen Und was das Was das Hä Was jo Was Und ich höre schon wieder Aaaaah Ich sehe einen Scheißdreck Sehe ich Ah schon wieder ey Ey Jawoll Erwischt Abspeichern Ist sehr wichtig Bei diesem Spiel Wer schießt Wer schießt Da Ach du Scheiße Ey Schon wieder getroffen ey Krieg die Krise Was spiel Diese Scheiß Mitteilung Nimm auf Danke Ach 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 Leute Boah Leute Nehmen wir die Nehmen wir die Oh shit Ah ja Die Waffe macht gut Damage Die macht gut Damage Ja Sehr schön Sehr sehr schön Sehr schön Ja Uah Ihr macht viel zu viel Damage Wenn ihr mich trefft Oh scheiße Ich bin so ein Idiot Ich habe mich auch noch geschlagen Wo muss ich jetzt hin Ah Sehe ich jetzt Äh Medipack Immer noch sieben Stück Das ist gar nicht so schlecht Okay Das wäre jetzt gerade eine typische Alma Szene gewesen Aber nein Ja Wo muss ich hin Ich gehe einfach mal zu Holiday Da Der müsste eigentlich Ich habe da noch ein Medipack gesehen Das nehmen wir doch lieber nochmal mit Sonst kann die Geschichte hier ziemlich hässlich essen Okay Ich sollte ruhig kommen Da muss ich rum Okay Ein weiterer Zähne Alles klar Holiday Ich mache dir keine Vorwürfe Geh ruhig vor Ich glaube das wird eine ziemlich nette Nummer Hier In der Geschichte So F Medi-Kid Und wieder ein Lager aus Und wieder Soldaten Mich zu sehen Soldaten Ne, gell Ich weiß nicht Oh Gott Und da habe ich meinen Aufenthalt direkt vorbei Problem ist Ich bin so blind Dass ich die Soldaten meistens klar nicht sehe Mein Gott Ich bin viel zu ungeschickt für diesen Ego-Shooter Fuck Sauber Oh, das war gut Meist Ich bin viel zu Ah Ich verliere viel zu viel Energie Hammer Ich kriege die Kotze Ich seh den nicht mal Da ist der Komm Stirb jetzt Ja Tot Sehr schön Ah, ich bin viel zu doof für diesen Shooter Ey Ich bin kein Ego-Shooter-Zocker Wirklich nicht Obwohl ich jetzt mein Interesse für die Half-Life-Serie entdeckt habe Aber Naja Naja, aus dem Rollenspieler wird kein Ego-Shooter-Spieler Und das Weiß jeder So, wir sind jetzt hier Und Ähm Ich hab dir auch gerade einen Treppe gesehen Ah da Alles klar Sehr schön So, jetzt müssen wir da hoch Ähm Fragt mich nicht warum Ich weiß es nicht Und Irgendwie vermisse ich Alma Sie kam heute viel zu selten Ein Reflex Inhalator Ist dabei Eine weitere Tür Die leider zu ist Okay Das ist so Ist das hier ein Pausenraum? Kaffeekränzchen oder so Was zum Teufel passiert hier? Oh Gott Ist das denn überall? Ist da draußen noch jemand? Alter, bist du verrückt? Wer ist das? Außer denen meine ich Boah, hab ich mich gerade erschrocken Ja Was, was willst du? Ja, okay Ja, okay Okay, okay F Ja Was passiert hier jetzt? Aha Interessante Geschichte Und Ich kann es nicht aktivieren Okay, okay, okay Okay Ich kriege Berichte aus der ganzen Stadt Da draußen gibt es immer noch Delta Force Nester Delta Force? Wir wollen einen Evakuierungspunkt bei einem Krankenhaus Ein paar Meilen von hier einrichten Beim Obermemorial Okay Aber diese Freaks sind überall Die Fraggles Ich bin nicht weit davon entfernt Gut, gehen Sie zum Krankenhaus Wir treffen uns laut Okay, hier kommen bestimmt wieder Soldaten Wie ich dieses Spiel kenne Es sieht auf jeden Fall so Wie eine Kampfsituation aus Was ist das denn? Feind, ja Stürb! Oh, da ist auch noch einer Ja Ja, komm Fuck Ich muss hier weg Ja, erwischt, sauber Muss schnell gehen, ey Die dürfen mich nicht erhaschen, Penner Sonst bin ich sofort kap... Mein Gott, lag das Äh, hängt das Back das Ich komm gleich drauf Äh Immer diese Dunkelheit Und die Soldaten Weißt du, von mir aus kann ich ja Einmal die ganze Zeit rumspazieren Aber die Soldaten gehen mir noch mehr auf den Sack Er ist nicht mehr feierlich hier Waaaah Wie soll ich euch fertig machen? Und? Nein Jetzt schluck doch mal! Wow! Energie, 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 Energie! Mann! Ellermann Boah! Ne, 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 ne Hier war was anderes Und zwar Ich kette Katzen Ähm, wir haben den Hat mich doof? Ja, da Katzen Ah, grandios, ey, grandios Ja, wir beenden die Aufnahme, wir machen beim nächsten Mal da weiter, wo ich gerade gestorben bin Okay, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal